Genrin Tanjo Showa Dainichi 45 cm wird jetzt Lisei, Weidlich, haben wir als Tossei gekauft, haben wir hier aufgezogen in der Innenhälterung, hat ein schönes Motoguru, am zweiten Flossen, hat eine tolle Kopfzeichnung, Tanjo ist gut, hat ein schönes Genrin, bis nächstes Jahr plus 10 cm, jeder hat so 55 cm, müsst ihr dann haben, die bleiben jetzt hinterm Aufzuchtbecken drin, die wachsen gut, das ist okay, wer hier Interesse hat, auch der ist noch frei.